Hi liebe iPhone-Tricks-Fans, in dem heutigen Video zeigen wir euch, wie man tagesabhängige Erinnerungen erstellen und anzeigen lassen kann. Geht dafür einfach in die Erinnerungen-App und erstellt in einer beliebigen Liste eine neue Erinnerung. Wählt einfach einen Namen und geht dann auf das E. Nun könnt ihr die tagesabhängige Erinnerung aktivieren. Wählt jetzt nun einfach den Tag und die Uhrzeit aus, an der ihr erinnert werden möchtet. Klickt auf Fertig und schon wird angezeigt, wann ihr an diese Erinnerung erinnert werdet. Möchtet ihr alle tagesabhängige Erinnerungen angezeigt bekommen, klickt einfach oben auf den Wecker. Nun kriegt ihr eine Übersicht über alle Erinnerungen, welche ihr planmäßig eingestellt habt. Wir hoffen das Video konnte euch helfen und dass jetzt demnächst nichts mehr vergessen wird. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!